Willkommen bei Mathematik, eine kleine neue Aufgabe. Es geht um Ebenengleichungen und wir wollen diese drei Ebenengleichungen, die in der Parameterform gegeben sind, in die Koordinatenform überführen. Überführe jeweils in die Koordinatendarstellung, in die Koordinatenform. Diese drei Ebenen E, F und G, die in der Parameterform gegeben sind, die wollen wir in der Koordinatenform haben. Warum? Weil die Koordinatenform viele, viele Vorteile hat und man mit dieser einfach viel handlicher arbeiten kann. Mach das mal einmal, probiere das einmal selbstständig aus, Video gerne pausieren wieder und selber eine Runde rechnen. Let's go! Okay, und dann zeige ich dir mal, wie ich hier die Koordinatendarstellung aufbauen würde und welche Steps ich durchführen würde, um die Ebene eben in die Koordinatendarstellung zu überführen. Lösung zu Aufgabe 1, ich habe hier meine Ebene in der Parameterform. Ich möchte die Koordinatenform der Ebene darstellen, die Koordinatendarstellung. Und als erstes, und das ist mein Step 1, bilde ich das Kreuzprodukt der Richtungsvektoren. Warum? Weil ich den normalen Vektor haben möchte. Der normalen Vektor hier ergibt sich als Kreuzprodukt der Richtungsvektoren. Der normalen Vektor, der steht senkrecht auf 5, 3, 3 und senkrecht auf 7, 1, 0. Und um die Komponenten des normalen Vektors zu erzeugen, wende ich hier das Kreuzprodukt an. Wie war das nochmal? Kreuzprodukt? Mache ich mit Hilfe dieser superprofessionellen Fischi-Regel. Fischi-Regel. Wir schreiben die Komponenten der beiden Vektoren jeweils doppelt untereinander. 5, 3, 3, 5, 3, 3. 7, 1, 0, 7, 1, 0. Wenn du Kästchenpapier hast, nutzt es ruhig, damit du hier eine schöne Darstellung bekommst. Insgesamt ist das hier alles eine Nebenrechnung. Ich streiche die obere Zeile durch. Ich streiche die untere Zeile durch. Dann zeichne ich meine Fischis ein. Fischi 1, Fischi 2, Fischi 3. So, die Fischis haben natürlich beste Laune. Jetzt wird hier rechnet. Immer entlang des Fischis. Wir starten an der oberen Schwanzflosse. 3 mal 0, minus 1 mal 3. 3 mal 0 ist 0, minus 3 mal 1 ist minus 3. X-Komponente des normalen Vektors heißt minus 3. 3 mal 7, minus 0 mal 5. 3 mal 7 ist 21. 5 mal 1, minus 7 mal 3. 5 minus 21 ist minus 16. Die Fischi-Regel sieht lustig und verspielt aus, ist aber der absolute Speed-Modus. Und außerdem finde ich es irgendwie nett, wenn in der Abi-Klausur oder in deiner Prüfung oder so einfach so lachende Fischis auftauchen. Finde ich irgendwie eine nette Kiste. Im Endeffekt kriegen wir die Komponenten des normalen Vektors. Der hat hier die Darstellung minus 3, 21 und minus 16. Und das ist der Vektor, der auf den beiden Richtungsvektoren senkrecht steht. Der steht senkrecht auf 5, 3, 3 und senkrecht auf 7, 1, 0. Das haben wir rausbekommen mit Hilfe der Fischi-Regel. In Step 2 setzen wir jetzt den Vektor n und den Vektor oa, also den Ortsvektor der Ebene, in die allgemeine Koordinatenform ein. Allgemeine Form, E-Doppelpunkt, n1 mal x1 plus n2 mal x2 plus n3 mal x3 ist d. Das ist im Prinzip eine andere Darstellung von einem Skalarprodukt. n1, n2, n3 sind die Komponenten des normalen Vektors. Und x1, x2, x3, da setze ich jetzt die Koordinaten des Aufpunkts ein. Ja, so. Minus 3, 21, minus 16. Hier waren die Komponenten meines normalen Vektors. Minus 3, 21, 16. Minus 3, 21, minus 16. Das sind hier die Komponenten vom normalen Vektor. Die Einträge, die wir hier durch die Fischi-Regel bekommen haben. Minus 3, 21, minus 16. Also hier der normalen Vektor. Dann setzen wir für x1, x2, x3 die Einträge vom Ortsvektor von a ein. Also quasi der Aufpunkt. OA, 1, 2, 4. Wie komme ich darauf? Naja, das sind doch hier die Komponenten vom Ortsvektor von a. 1, 2, 4. Als nächstes berechne ich diesen Wert d. Den brauche ich ja für die Koordinatenform. Minus 3 mal 1 ist minus 3. 21 mal 2 ist 42. Minus 3 plus 42 ist 39. 39 minus 64 ist minus 25. Diesen Wert brauche ich für die Koordinatenform. Die kann ich in Step 3 aufstellen. Notiere die Ebenengleichung in Koordinatenform. E folgt eben dieser Darstellung. Minus 3x1 plus 21 mal x2 minus 6 mal x3 ist gleich minus 25. Minus 3, 21, minus 16. Das sind die Komponenten des normalen Vektors. Minus 3, 21, minus 16. Die haben wir mithilfe der Fischi-Regel hier ermittelt. Minus 3, 21, minus 16. Und minus 25 kommt raus, wenn du eben hier das in die allgemeine Koordinatenform eingibst. Nämlich den Vektor n und den Vektor OA. Aber das d ist ein Skalarprodukt. Habe ich hier nur schon mal ein bisschen schöner aufgeschrieben. Skalarprodukt vom Vektor n und dem Stützvektor der Ebene. Den haben wir ja in der Parameterform auch schon dargestellt vorne. Alle Informationen, die in der Ebenengleichung in der Parameterform gegeben sind, sind auch in dieser Ebenengleichung in der Koordinatenform enthalten. Die Koordinatenform ist viel einfacher und viel handlicher. Damit können wir jetzt zum Beispiel eine Punktprobe machen oder eine Lagebeziehungsuntersuchung machen zwischen Gerade und Ebene oder was auch immer. Das kann man easy peasy schnell machen. Zack, Fischi-Regel für den normalen Vektor. Zack, Step 2 kriegt diese d raus. Und stelle in Step 3 eben die Ebenengleichung in der Koordinatenform auf. Hier habe ich die Ebene in grün dargestellt. Hier sehen wir sie. Wir sehen den Stützvektor der Ebene OA und die beiden Spannvektoren Vektor AB und Vektor AC. Die beiden Vektoren Vektor AB und Vektor AC, die werden jetzt kreuz multipliziert, sodass dieser Vektor hier entsteht. Das ist der normalen Vektor. Der zeigt jetzt hier so nach unten. Und das ist der normalen Vektor der Ebene. Der steht senkrecht auf den beiden Vektoren Vektor AB und Vektor AC. Denn das Kreuzprodukt ist ja ein Vektor und der liegt immer orthogonal zu den beiden Vektoren, aus denen dieser Vektor eben durch Kreuzmultiplikation hervorgegangen ist. Super. rechten Winkel kann man hier auch sehen. Bei Vektor... Kann man das sehen? Das ist ein bisschen schwierig, dazu zu drehen. Aber hier kann man, glaube ich, sehen, Vektor N, also der normalen Vektor, und Vektor AB, hier haben wir einen rechten Winkel. So, und bei Vektor AC und Vektor N, wenn wir das so drehen würden, so ungefähr, hätten wir hier auch einen rechten Winkel. So, jetzt ist die Überlegung die, dass wir jetzt auf die beiden Spannvektoren eben verzichten können. Oh, jetzt wird die Ebene rot. Das ist ja spannend. Okay. Weil wir einen Stützvektor haben. OA, das ist ein Vektor, der eben auf einen Punkt zeigt, der in der Ebene liegt, und den normalen Vektor. Und das reicht aus, um die Ebene hier eindeutig zu fixieren. Ja, so sieht das aus. Und alle Punkte, die eben in dieser Ebene liegen, in dieser jetzt roten Ebene, die erfüllen eben diese Koordinatenformen. Die erfüllen diese Darstellung, dass wenn wir alle Koordinaten der Punkte eben einfügen würden, dass dann am Ende hinten minus 25 rauskommt. Das ist die Überlegung. Wenn ein Punkt in dieser Ebene liegt, dann erfüllen seine Koordinaten diese Koordinatenformen, oder diese Gleichung in der Koordinatenformen. Das ist spannend. Lösung zur Aufgabe 2. Wir haben eine Gleichung für die Ebene F in der Parameterform hier gegeben. Wir wollen die Koordinatenform herstellen. Step 1 wieder. Bilde Kreuzprodukt der Richtungsvektoren. Machen wir wieder mit Hilfe der Fischi-Regel. Wieder schreiben wir die Komponenten der beiden Richtungsvektoren, der beiden Spannvektoren doppelt untereinander. Streichen wir die erste und die letzte Zeile raus. Und wir zeichnen Fischis ein. Und dann starten wir wieder an der oberen Schwanzflosse. 8 mal 6, 48. Minus 1 mal minus 2. 48 plus 2. 48 plus 2, 50. Minus 2 mal 2 ist minus 4, minus 6 mal 1, minus 4, minus 6, minus 10. Schön konzentrieren. 1 mal 1 ist 1, minus 2 mal 8 ist 1, minus 16, minus 15. Immer oben an der Schwanzflosse anfangen und dann diese Bewegung, diese Bewegung, diese Bewegung, diese Bewegung. Auf dem Rückweg immer Minus rechnen. Rückweg, wir rechnen Minus. Kann man sich gut merken. Am Ende kommt hier diese Darstellung raus. 50 minus 10, minus 15, das sind die Komponenten des normalen Vektors. Kreuzprodukt der beiden Richtungsvektoren, der beiden Spannvektoren, mithilfe der Fischiregel. Das macht Freude, das macht Spaß. Als nächstes setzen wir die Komponenten des normalen Vektors und die Komponenten des Stützvektors der Ebene in die allgemeine Koordinatenform ein. Also n1 mal x1 plus n2 mal x2 plus n3 mal x3 ist d. n1, das sind wieder die Komponenten des normalen Vektors. x1, x2, x3, da setzen wir die Komponenten des Stützvektors ein. 50 minus 10 minus 15. Das haben wir gerade rausbekommen für die Komponenten des normalen Vektors. 50 minus 10 minus 15. 50 minus 10 minus 15. Und dann brauchen wir noch die Komponenten des Stützvektors. Hier 3 minus 5, 1. 3 minus 5, 1. 3 minus 5, 1. Das können wir ausrechnen. 50 mal 3 ist 150. Minus 10 mal minus 5. 150 plus 50 ist 200. Minus 15 ist 185. Keine Angst vor großen Zahlen. Alles easy. So groß ist 185 auch nicht. Wir notieren die ebenen Gleichung in der Koordinatenform. 50 x1 minus 10 x2 minus 15 x3 ist gleich 185. Hier wieder. 50 minus 10 minus 15 sind die Komponenten des normalen Vektors. 185 ist das, was rauskommt, wenn wir den normalen Vektor, die Komponenten des normalen Vektors und die Komponenten des Stützvektors hier in diese Gleichung einfügen. Das ist das D. 185 hier der D-Wert. Das ist jetzt eine fertige Ebenen Gleichung in der Koordinatenform. Jetzt könntest du noch durch 5 rechnen, wenn du möchtest. Man kann die Ebenen Gleichung noch handlicher darstellen, indem wir optional vereinfachen. Das ist wirklich nur optional, muss man nicht machen, ist aber häufig einfacher, weil die Zahlen noch kleiner werden. Hier sind alle Zahlen, die vorkommen, vielfache von 5. 50 durch 5 ist 10, minus 10 durch 5 ist minus 2, minus 15 durch 5 ist minus 3 und 185 durch 5 ist 37. Dann wäre das hier meine Darstellung. Am Ende bekommen wir 10x1 minus 2x2 minus 3x3 ist gleich 37 und das ist die Ebenen Gleichung in der Koordinatenform. Ich löse noch die Aufgabe 3. Da ist die Ebene g durch eine Ebenen Gleichung in der Parameterform gegeben. Wir starten wieder mit Step 1, Kreuzprodukt der Richtungsvektoren bzw. hier der Spannvektoren. Fischi-Regel wieder. Und dann wird entlang der Fischi-Regel gerechnet. 1 mal 8 minus minus 1 mal 3 ist 8 plus 3, 11. Pam, pam. 3 mal 4 minus 8 mal 6, 12 minus 48, minus 36. Pam, pam. 6 mal minus 1, minus 4 mal 1, minus 6 minus 4 ist minus 10. Pam, pam. Und das ist dann hier mein normaler Vektor. 11 minus 36 und minus 10. Und nochmal. Fischi-Regel mag irgendwie lustig und locker aussehen. Ist auch lustig und locker. Aber wir berechnen, konzentriert und systematisch um am Ende diese Komponenten zu bekommen. Und da ist es wirklich wichtig, konzentriert und gut zu rechnen, weil da sehr schnell Fehler auftauchen können. Man kann schnell irgendwie eine Zahl verdrehen oder was falsch rum multiplizieren. Man kann das Minus auf dem Rückweg vergessen oder man kann sich schlicht verrechnen oder einen Vorzeichenfehler machen. Da schön aufpassen, da schön ordentlich sein und dann kriegen wir hier eben den normalen Vektor raus. Setzen das in Step 2 wieder ein zusammen mit den Komponenten des Stützvektors. Stützvektors 11 mal 1 minus 36 mal 0 minus 10 mal 2 ist am Ende d gleich minus 9. Step 3. Notiere eben den Gleich- und Koordinatenformen 11x1 minus 36x2 minus 10x3 ist minus 9. So sieht das aus. Easy. Da kann ich nicht weiter vereinfachen, weil 11 minus 36 minus 10 und minus 9 teilerfremd sind. Kann da jetzt nicht irgendwie durch 2 oder durch 3 teilen. Würde nicht so viel Sinn ergeben, weil dann Brüche rauskommen und das auch nicht so schön. Wenn die aber alle oder alle Zahlen, die hier auftauchen, Vielfache von einer Zahl sind, wenn die zum Beispiel gerade sind, dann sind die ja Vielfache von 2, dann kannst du nochmal durch 2 teilen. Hier würde ich das jetzt aber so stehen lassen. Du kannst eine Ebenengleichung von der Parameterform in die Koordinatenform überführen, indem du in Step 1 das Kreuzprodukt der Richtungsvektoren bildest. Dann kriegst du den normalen Vektor, der ist wichtig. In Step 2 setzt du die Komponenten des normalen Vektors und des Stützvektors der Ebene in die allgemeine Koordinatenform ein. Und dann kriegst du diesen d-Wert raus. In Step 3 kannst du die Ebenengleichung dann einfach in der Koordinatenform aufschreiben und bist fertig. Man kann hier schön sehen, dass wir eben alle Informationen der Parameterform verwenden. Aus den beiden Spannvektoren, aus den beiden Richtungsvektoren, bauen wir den normalen Vektor auf und dann setzen wir noch den Stützvektor am Ende in Step 2 ein, um diesen d-Wert zu bekommen. Die Koordinatenform bietet uns ganz, ganz viele Vorteile. Bei fast jedem Rezept, in dem Ebenen vorkommen, ist die Koordinatenform handlicher und die Aufgabe schneller zu lösen, wenn wir eine Koordinatenform haben. Du kannst, wenn du drei Punkte gegeben hast, zwar einfacher die Parameterform herstellen oder eine Ebenengleichung in der Parameterform herstellen, weil du für die Koordinatenform ein gleiches System bräuchtest. Für alle anderweitigen Rezepte ist die Koordinatenform viel praktischer. Deswegen ist es super wichtig, dass du das schnell und gut kannst. Koordinatenform herstellen ist wirklich, wirklich wichtig, wenn es um Ebenen geht. Nice. Eine schöne Übung. Schreib mir wieder in die Kommentare, ob da alles klar geht und ob du alle Aufgaben richtig gelöst hast. alle Ebenen wohlbehalten in die Koordinatenform gebracht hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie immer freue ich mich auf dich. Bleib stark und bis bald. Dein Rick. Erstmal niesen. Wow. Krass. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.